6 Panzer, ja. Gerade zufällig. Was war der denn eigentlich jetzt? Ich muss ja gerade gucken. Bist du noch am Leben, Kollege? Jetzt fahre ich hier alleine rum. Wir schaffen das nicht. Wir sind verstorben. Das schaffen wir nicht. Wir sind sehr schwach. So, jetzt machen wir ein kleines Spiel. Ich glaube, die meisten sind ja noch da drauf. Weil ihr da verstorben seid, das schaffen wir nicht. Wir sind zu schwach. Ihr verstirbt auch gleich. Weil da ist jemand hier noch. Jetzt habe ich getäuscht. Er muss auch hier wieder hoch. Oder da hinten hoch. Vorsicht. Ein bisschen rechts fahren. Rechts. Rechts. Da wusste ich ja wahrscheinlich nicht. Da muss man immer ein bisschen rechts fahren. Nicht geradeaus. Am besten da hinten. Da konnt man am besten hoch. Ja, ja. Dr. Chaos hat sich in den Kammschild geschnappt. Da geht's. Ja, ich bin nicht gehört. Da geht's. Das ist ja auch. Sprengen wir wieder rüber. Nein, da haben wir es nicht geschaffen. Ja, aber wir werden jetzt schaffen auch noch nichts. Schau mal, aber egal, ne? Ah, wir können das dann nicht schaffen. Oh, ist er gestorben oder was? Ne, der ist drin. Ich muss sie das hier alleine machen oder was? So, ich bring mich mal hier in Sicherheit. Kommt mal mit, Leute. Kommt mit. Wir laufen jetzt hier durch. Ich frag mich mal, wer das ist. Ach, das war da vorne bestimmt. Ist man hier in Sicherheit eigentlich? Ja, kann man so sagen, ne? Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren hier rauf. Was ist denn eigentlich der, der Eingang? Hier zum... Fuck. Fuck. Ein Panzer. Mist. Jetzt bin ich kaputt. Komm, komm. Ich bin ein Sprung. Ich bin ein Sprung. Are you still walking? Ich komme. Komm, Schastow, rüber. Komm, den Sprung, Schastow. Komm. Nicht da, nicht da. Oh, das war knapp. Wir werden eigentlich... Was hat das? Chaos, weißt du eigentlich, wo der Eingang ist zu so einem Keller? Wo viele sagen, Jackpot, äh Jetpack und so was. Weißt du, wo das eigentlich ist? Ich weiß ja nicht. Oh. Das war ein Panzer. Das war ein Panzer, ja. Wo war das denn eigentlich? So, nehm ich mit. Da schaffst du den Sprung von dir aus. Ja. Er kommt, er kommt. Aber wo war das denn? Ah, gute Frage. Schmeckt hier, oder? Ja. Da war das. Hier eher nicht. Oder doch, da? Das wird ja nicht mehr zufrieden jetzt. Komm, schaff den Sprung, oder du schaffst gar nichts. Ja doch, du schaffst was. Ich sag nichts dazu. Die Dinger explodieren ganz schnell. Okay. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. It's on the way. Okay. Ah, egal. Ist ja nur ein Auto. Ein schwaches Auto. Da ist mein Auto. Nee, mal Panzer oder nicht? Panzer. Okay, gut. A4. So, jetzt fangen wir so wieder. Jetzt ist es heller geworden. Jetzt könnte ich wissen, wo das ist. Im Dunkeln finde ich nichts. Ich bin mal super gut dazu. Ja, du bist doch. Äh, nein. Äh, naja. Uppalad. Die Polizei fährt hier auch. Und alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Ah, hier war das. Ah, hier. Ich hab es. Oh, ich hab es. Oh, ich hab es. So, hier, hier kommt alle, äh, kommt alle hier zu mir. So. Pass auf, Haftpomben. Kommt schnell rein hier. Ja, chill. Ja, man legt sich nicht mit uns an. Näh, Dr. Kars? Bei den PC-Mods hab ich es auch schon ausprobiert. Dr. Kars, die Bank durchzugehen hier. Also, da ist nichts. Man fällt einfach durch. Wie immer. Wie ich da letztens ausprobiert hab. Ähm, ich würde da mal aussteigen. Komm mal rein hier. Auf hier. Ja. Oh, der ist ja schon. Hier ist man an sicherst. Hier kann uns nichts passieren. Ja, so. Wer schafft es noch hier mit rein? Oh. Da ist jemand erledigt. Glaube ich. Hier haben wir noch vier Sterne. Dann sollte man fünf haben, wo man hier drin ist. Guck mal, alle schaffen das hier rein. Super. Fünf Leute sind hier drin. Von. Ja, noch drei. Drei. Drei Leute. Drei. Und. Ähm. So, jetzt, jetzt. Oh Mist, ich bin draufgegangen Alle sind draufgegangen So ein Mist Du hast sie da vorne hingeworfen, aber trotzdem sind wir draufgegangen So, wir machen noch eine letzte Aktion Kommt alle zu mir Holt eure Sportwagen Ein schnelles Kommt alle zu mir Ringt euch um, dann seid ihr schneller hier Für alle schon zerstört Na, was nehmen wir denn jetzt Bleibt ja noch 16, 20 Hälfte sie kommen Ich komme da, so schnell wie ich kann So, jeder ein ganz schnelles Auto Und dann Machen wir ein kleines Spiel Nebenbei noch Wer am längsten im Militär am Leben bleibt Also Die fahren dann immer um den Kreis Also in der Mitte Wenn ein Panzer kommt und es erledigt Ist ja wohl immer einer raus Kommt alle mit Fährt euch ja alle auf Hintereinander Da wo ich bin Kommt her, kommt her So ein kleines Andy So ein Laufstand Starkes Fahrzeug, ne Andy Komm mal was Besseres Das wird ja nichts Und dann fahrt rüber, weil Andi wird zu spät. Los geht's. Und dann fahrt immer von rechts nach links. Also immer außen. Rechte Fahrbahn. So, dann fahrt ganz Zeit im Kreis hier. So, wer am längsten drin bleibt. Los geht's, los geht's. Recht fahren. Dann gleich da vorne wieder rum. Genau, hinter mir her. Gleich hier rum. Genau, hier vor den Hangar. Und hier vor den Hangars. Oh, meiner Überfahrt. Oh, hier schlägt ganz viel. So, dann da wieder rum hier vorne. Ah, ich bin schon tot. Wir haben jeweils nie erledigt. Jérôme und Dr. Chaos auch. Toll. So, wer ist noch im Spiel? Wer ist noch drin? Red Booster ist noch drin. Super Goldlocke. A4. D4. Maxi. Wer wird zunächst sterben? Alle hintereinander, wie das aussieht. So, wer verabschiedet sich gleich? Weiter, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und jetzt links. Ja, richtig. Vor den Hangars vorbei. Dass es gefährlicher wird. Und jetzt wieder abbiegen. Genau darum. Und wieder rechts. Immer noch 4 an dem Leben. Oh, da ist jemand hängen geblieben. Red Booster. So, geht's schon mal zum Obststand. Da stellen wir ein Blech hin. Dann machen wir final. Nicht wieder mit rein. Nicht wieder mit rein. Andi. Geh wieder raus. Achso, du hast ja vorhin noch nicht. Der ist erst mit seinem Auto gekommen jetzt. Hier, da leckt schon irgendwas. Da hakt es schon. Oh, oh. Der bleibt stehen. Red Booster. Oh, die kriegen nicht. Die kriegen nicht, oder? Ja, die haben nicht bekommen. Nur noch 4 Leute im Spiel. Oh, oh. Der ist auch hängen geblieben. Andi, Andi, Andi. Gas. Gas. Der da vorne wird Lamsimmer. Warum auch immer. A4. Der ist schon ziemlich weit vorne. Super Goldlocke. Der leckt schon wieder so richtig um die Kurve. Der fährt an den Dingern vorbei. Das nix wäre, ey. Nur Hindernisse. Warum nehmen die die Kurve hier vorne? So groß. Der bleibt hängen. Der bleibt hängen. Der bleibt hängen. Maxi, bleibt hängen. Maxi, du musst weiter. Bis zum Hangar rüber. Auf der Seite, wo der Hangar ist. So, wer schafft es jetzt? Komm, der nächste. Super Goldlocke. Komm. Der bleibt hängen. Der bleibt hängen. Was macht der denn da? Der ist hängen geblieben. Was macht der denn da? Super Goldlocke. Ah, der ist tot. Der ist tot. Gut. Der nächste. Noch drei Leute im Spiel. Weiter, weiter. Warum? Anhalten. Nicht anhalten, Andi. Weiter. Weiter. Kann ich Kampfjet nehmen. Ach, noch einer ist am Leben. Maxi nur noch. Andi schummelt. Kein Kampfjet. Auto. Hä? A4. Okay. Was ist denn los? Ich dachte noch weniger. Hä? Aber jetzt ist A4 tot. Der ist gar nicht tot. A4. Oder doch. Oder er ist er gar nicht. Der zu johlen sich bei mir noch. Du Dich. Warte mal. Komm. Diese Runde stirbt ihr jetzt. Kommt. Jetzt. Der dreht um. Der dreht um. Der dreht. Warum auch immer. Lust, ihr wischt nicht jetzt. Komm. 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 Nicht schummeln. Andi. Andi ist langsam. Warum auch immer. Weiter. Weiter. Andi. Bei den Hangars ran. Nicht schon vorher abbiegen. Das ist gefährlicher. Genau. Fahr da jetzt rum. Genau. Da lang. Los. Komm. 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 Stirb. 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 Einer muss jetzt sterben. So. Halt. Halt. Halt ihr beide. Wir machen so. Wer zuerst gestorben ist. Hat gewonnen. Von denen. Aber von den Leuten da. Von Militär. Fahrt extra zum Panzer. Dass ihr stirbt. Nur. Die müssen euch töten. Okay. Okay. Gut. Kommt zum Obstand. Der ist da vorne. Das Auto hier. Steckt da ein. Wem gehört das? Niemand. Oder wen gehört das Auto? Laufen wir da hinten halt. Zum Obstand. Der steht da vorne. Am Straßenrad. Alle dahinter. Lass den Typ am Leben. Lass den Typ am Leben. So. Geht da alle hinter. Kommt alle her. Alle zum Obstand. Kommt her. Ihr müsst Obst verkaufen. Und dann Selbstmord machen. Auf Touchpad. Ne? Drückt schon mal Touchpad. Und bei Selbstmord. Und dann Bild tätigen. Wenn ich sage. Handy. Komm her. Ich mach den Tod jetzt. Mach den Tod. Schleckt er. Stellt euch alle da runter. Hier Red Booster hatte. was Falsches an. Was ist das? Das war's. 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 Danke fürs Einklicken. Tschau mein Lieber.